Der Audi e-tron GT hat eine bemerkenswerte Produktaufwertung erfahren, die das Modell in mehreren Schlüsselbereichen verbessert. Seit seiner Premiere im Jahr 2021 hat der viertürige Gran Turismo durch sein Design und dynamisches Fahrverhalten beeindruckt. Die neuen Versionen des e-tron GT setzen nun noch höhere Maßstäbe in Sachen Reichweite, Performance, Batterieladeleistung und Handling. Ein Highlight der Aufwertung ist die Einführung des RS e-tron GT Performance. Dieses Modell zeichnet sich durch spezielle Designelemente wie ein optionales mattiertes Carbondach und Carbon Camouflage aus, die exklusiv für den RS Performance vorgesehen sind. Die neuen Varianten der e-tron GT Baureihe kombinieren progressives Design mit innovativer Technologie. Der Audi S e-tron GT steht für elegante Sportlichkeit, während der neue Audi RS e-tron GT noch sportlicher geworden ist. Beide Modelle verfügen über spezifische Designelemente, die ihre sportliche Anmutung unterstreicht. Zusätzlich trägt die neue Corporate Identity zur Aufwertung der e-tron GT Familie bei. Hochwertige zweidimensionale Audi-Ringe und eine breite Palette an Exterieurfarben verleihen den Modellen einen frischen Look. Insgesamt bieten die neuen Modelle der Audi e-tron GT Familie eine beeindruckende Kombination aus Design, Technologie und Performance, die sowohl optisch als auch funktional neue Maßstäbe setzt. Und ein Boottest folgt demnächst.